So meine Freunde, das sind wir wieder mit einer neuen Aufnahme von South Park. Die rektakuläre Zerreißprobe. Wie er vielleicht mitgekriegt hat, war in der letzten Aufnahme der Sound ein bisschen sehr scheiße. Man sollte vielleicht keine OBS-Updates machen und dann nicht nachschauen, ob sich was verändert hat. Aber jetzt sollte auf jeden Fall alles wieder passen. Ich höre mich auch immer noch selbst. Hat zwar in der letzten Aufnahme nicht viel gebracht, aber ich weiß zumindest noch, was wir gemacht haben. Und ungefähr wie alles funktioniert. Das kann man noch nicht... Oh, das hat geleuchtet. Können wir das jetzt schon machen? Nein, da fehlt uns eine Fähigkeit, okay. Wir haben gegen Kenny und seine Freunde gekämpft. ...Hatzen dieser Stadt brauchen eine Stimme. Sie müssen sich gewerkschaftlich organisieren. Jo. Äh, hallo? Ist deine kleine Superheld, dem immer mehr auf Kunstergram folgen? Deine Anwesenheit wird im Rathaus verlangt. Die Bürgermeisterin von South Park möchte mit dir sprechen. Lass sie nicht warten. Die? Die wollte uns auch nicht helfen. Und dem Mobile? Was? Verbreite die Nachricht, Kunde für uns haben, die Frieden-Parsen-Civil-Warum-Zieh. Was? Was? Ja, die Klampe. Ja, und angeforzt. Kommt das eigentlich was, wenn man hier drauf furzt? Ne, da fehlt uns auch was. Wir sollten versuchen, tagsüber trägten Salon wegzumachen. Ja, 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 auf jeden Fall. Achso, das war der Klamottenladen. Ich sollte vielleicht einfach mal auf die Map schauen. Wir sollen zur Bürgermeisterin. Wo ist die Legende hier? Und so, äh, wo ist denn die Bürgermeisterin? Ich muss sie unten zeigen. Kuhnversteck, finde den Verdächtigen. Äh, was sind die Bürgermeisterin? Ähm, wissen Sie? Hier kommt nur noch abgeschlossen. Äh, haben wir etwa keine Aufgabe? Und das war... Das ist doch... Operationenrecht, so. Ah, ne, hier stehen wir einfach. Äh... Äh, ich... was... Wo... Wo sollt ihr doch... Ah, hier so hart. Ah, hier können wir gar nicht hin. Okay, wir müssen also erst in das Grund versteckt. Wir gehen aber erstmal gucken, was es so schön ist in dem Drogenlabor. Vielleicht können wir da die Mission erfüllen. Waren wir hier schon? Weiß es nicht, ich guck mal rein. Äh, hallo? Gott wacht über dich. Ich weiß aber nicht, ob es ihn auch gibt. Äh, macht Sinn. Weißt du was für uns? Permanent Marker und ne Reißzucker. Ja. Na, eh. Klebeband. Schimmelige Enzyklopädie. Bäh. An Akten sexuellen Belästigung gefälschtes Abschlusszeug. Oh, ich hätte da die Idee wer hier arbeitet. Bitte sonst nichts. Können wir dir ein Foto machen. Die Katzen dieser Stadt brauchen eine Stimme. Sie müssen sich gewerkschaftlich organisieren. Ja, 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 ja. Wir sind doch schon dabei. Und das kann ich ja nie machen. Na gut. Können wir vielleicht... Zertifikate? Ganz davon muss doch gefälscht sein. Oder ne, Zeugnis ist gefälscht, ne? Na gut. Mal schauen. Was? Foto-Dojo. Mit einer coolen Winzkiste obendrauf. Kodiak-Foto. Ah. Oh, ich sehe was. Äh. Unterschießen, oder? Ja. Quake and Tweet. Genital-Raboo. Iiii. Ich kenne den nur lieber. 1 von 15. Äh. Warum bist du perverser? Keine Fotos. Keine Fotos. Keine Fotos. Keine Fotos. Keine Fotos. Keine Fotos. Wenn wir denn hier dran. Ei. 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 Wie wäre es mit unseren neuesten Sachen? Äh. Ja, was hast du denn schön? So. Äh. So. Äh. Warte, Faktum. Maul der Bösartigkeit. Oh, ich geh, ne. Äh. 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 Schallfäcker. Äh. Ach. Schallfäcker die Sorte. Komponenten. Mh. 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 Rezepte. Nettdek Helm, Nettdek Handschuh, Nettdek Anzug. Wir haben viele Sachen, die du in den großen Leben nicht findest. Äh, ich senz schon. Du weißt wo du dich findest. Foto? Ne, wir keine Fotos mit uns machen. und jetzt nicht lang die Hau und müssen eine Katze irgendwo da liegt schon wieder Lava ich habe mich halt ab wir müssen lang und was gesehen ein schön schön nüsse versteckt wer bist du ja dann red doch mit mir ja ein foto so da bist du wenn du da oder so spät keine Widerrede verdammt so Foto Jo kommt das Selfie machen und die Kacke ah ja war sie echt so aus ja wird doch mal ein Teil der Kammerkolleg und ein Schmütterdorfer Beuys die Schließung wird Beuys die Dauer Juhu Alles nehmen und weiter. Ich gerne nicht flüstern. Äh, okay. Hat er sonst noch was? Äh, Video ausstellen? Nö. Hm. Hier scheint es nichts weiterzugeben. Das ist ja unsere Toilette, ne? Das ist ja unsere Toilette, ne? Und Pömpel, okay. Hm. Hier. Ja, Pfui. Rein. Ja. Das ist ja... Das ist Deko, schade. Die davon zu früh wieder angebaut. Und noch ein Foto. Wer ist denn Sam? Was g'l's hool? Was g'l's hool? Ja. Da. Wer sonst noch was auf den Tonnen? Nö. Okay, nur gut und können mal weitergehen. Achso, gibt's bloß Komponenten? Na gut. Hi. Bis. Wieso? Ist du ein kleinwüchsiger Erwachsener mit Kostüm? Jep. Ist du sowas wie ein Undercover-Comp? Jep. Oh, meine Haare. Kein guter Tag für ein Selfie. Ach, wird cool. Wann bist du? Hey, hab doch stehen. Hallo. Hu. Hallo. Abstehen jetzt. Ach, dann nicht. Wir haben uns zum Einsamen. Hier ist wieder so'n Busch. Äh, da und nicht bringt. Hier liegt auch was. Tüte mit Fritz. Was mit Friedhaas? Okay. Oh, die Kindergartenkinder. Hi. Willst du mit mir spielen? Äh, nö. Willst du mit mir spielen? Nö. Willst du mit mir spielen? Nö. Willst du mit mir spielen? Aufm Foto. Hast du ein Selfie mit Eike gemacht? Machen wir ein schöneres. Ah, hast recht. Juhu. So. Hilmo. Yay, jetzt sind wir echte Freunde. Äh, nein. Hi. Findest du mit mir? Und anschubsen? Haha, wie geil. Äh, hi. Da bist du? Okay, willst du? Geh was. Mach mich da hoch. Ach was. Ah, ich verstehe. Wer ist da oben? Komm mit mir. Hallo. Hallo, rede mit mir. Kann er nicht mit mir reden? Hier was? Nö. Hm. Hier was. Hallo. Und Bastelpapier und Stoffballen. Und ne Schere. So. Gibt's hier? Kusenkuchen. Yeah. Lecker. Wir schlagen kleine Kinder auf den Spielplatz. Hihihi. So. Wir müssen in die Richtung. Da bist du. Was stimmt nicht mit dir? Das stimmt nicht mit dir. Leckige Wattenpuffer bitte. Weißt du? Ne, ne, ne. 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 Wie heißt er denn? Ah, fuck. Er hatte das geilste Level im N64 Card Game von South Park. Aber ich hab nen Namen vergessen. Sorry, Wunder Arsch, ich muss dieses Buch verschlingen. Wieso? Hey, Zuckerstöckchen, machen wir ein Perfi? Ja, ha, Mr. Slave, gone. Peter Grinst. Mr. Slave. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich möchte sein, wenn dein Kind drauf ist, du, Alter, nie. Bauer, waschmagazin, Weinpumpe, what? Elbe-Litter-Eiscreme und Lizza-D mit Vitamin B, ja. Ein Auto, was über die Straße fährt, ja, 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 ja. Was? Ey, ich will eigentlich nicht nach oben, aber, äh, das muss sein. Oh. Uh, wir haben die geheiratet. Ich hab, ach, ich kann nicht auf den Namen. Eckige Brille. Mann, wie heißt er denn? Ah, fuck. Fenn-Maus-Kleit-Geld ist für mich super, die Texte, ja. Anal-Crypt-Stimulator, Pit-Weiber-Arsch-Stötzel. Grupp 69 Fahrtfinder, Anführer, Abzeichen, Weiz, Wollow, irgendwas. Okay, hier gibt's. Was so runterhauen irgendwo? Oh, wie heißt er, da, Mann. Big GL! Das ist Big GL. Jetzt ist mir wieder eingefallen. Ach, die geht wieder zu? Okay. Oh, wie konnte ich das nur vergessen? Ach, hier drüben ging's noch lang. BGL und Mr. Sklave, ja, geh mal. Warum haben die Gold, was? Hä, kann ich jetzt das Wasser aufdrehen irgendwie? Oh. Oh Gott. Oh, mein. Oh, nein. Oh, nein. Bekehrer und Penetrator. Artefakt. Na, ja, 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 ja. Extra-Großes Rektakulär haben. Boom, wieder was. So, ich muss so kurz und dann geht das nur mit dem Klo. Meine Güte, eh. Big GLs Big Game 3D. Ja, hier hätt's auch gestanden. Big GL. Ach, so. Halten. Ach. Gott, wie denn? Ach. Ein bisschen zumindest. Kloherrscher. 4 von 12. Stinkwurst. Bio. Gefahr. Ging's hier nach oben irgendwo? Oh, nein. Pane Bubu. Oh Gott. Ich muss hier raus. Tschüss. Äh, guckt euch das mal lieber selber an. Oh, nein, 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 nein. Schnell weg! Du bist jetzt an seinem Unterschlupf. Finde einen Zugang, aber Vorsicht. Er wird schwer bewaffnet sein. Den Wärmebildern nach ist der Verdächtige hinten im Haus. möchte man jetzt nicht hin das ist jetzt das haus was passiert wenn ich einfach zur türe jetzt solltest du sehen sie gegen den drogen dealer ist jetzt nicht aus wie drogen dealer aber ok was hast du in meinem haus zu suchen ja wussten ach man okay ein kleines feld hier was machst du in meinem haus ein bisschen um 30 und Blitzschirm verdammt was willst du von mir deine Drohung da haben wir doch schon dabei hier ja das sagt die da hat er konnten Kinder besser gestochen aber nicht nett macht man nicht zu wenn er am Boden liegt Schreckensklinge, Räubermaske, Kostüm und 24. Ja klar für den Verdächtigen muss ein Haus zu suchen ich glaub zwar nicht dass er wirklich was mag wird oder gemacht hat aber das soll und zwar egal sein wir haben sich was erfüllt wir gehen nach oben du 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 tut komisch in letzter Zeit komisch? oder wie ein totales Arschloch wie all die anderen Jungs? ja, letzteres! spielekarte! ich bin von der Bauschaufbahn mit Turm kurz an einen verpf... äh, Photoshop aufweilen easy grill ofu ich hab grad dein Vater verhaftet ja, lass uns Selfie machen Nicole! Mitleid Selfie mit dem neuen was? hä? ich hab schon kein Foto gemacht ok, du kriegst ein Mitleids-Follower, was solls? was? äh, sag mal what? was heißt ja Mitleids-Follower? evtl das gettin neid ja, blöde Kuh so iiii da schnell weg es gefällt und glitzert ja doll Warum evtl weg juli gab es ja kein blöde Und... Na gut... Alter... Wie teurettet er Daniels? Ach schon wieder Klo... Nein, ich kann das nie... Ach egal... Raus drücken... Äh, was läuft's? Ding Wurst... Ja auch was? Ne... Schade... So, da müssen wir jetzt eigentlich... ins coolen Versteck... Mal schauen... was der Kuhn alles zu erzählen hat... und mit dem Scheiß aus hier... Die Kanada, der das guckt... So... in der Garage... sperrt... in der Garage... in der Garage... in der Garage... können wir alles noch machen... Okay... die 6. Möse... haben wieder Katzen... das Kreditangebot... Okay... Komm ich hier hinter... Ja... Hallo... Jetzt... Rasenpfeil... Okay... Wir haben schon 40 Dollar... Die Kräuter... Die Kräuter... Die Kräuter... Die Kräuter... sind diese Stadt... die Kräuter... Alright... Jetzt müssen wir in der Stadt... und machen super-Heroe-Stumm... ... und helfen Menschen... und kämpfen... und schüttern... wie das... Die Kräuter... Die Kräuter... Die Kräuter... Die Kräuter... Untertitelung des ZDF für funk, 2017